Was geht YouTube? Herzlich willkommen zur nächsten Episode hier im United World Cup. Ja, gestern ist derlei wieder nicht mit dem Upgrade jetzt geklappt, aber ich habe jetzt direkt weitergemacht. Ich habe noch dazwischen ein Spiel gespielt, deswegen sehen wir hier gerade, dass Suarez 872 Spiele hat. Und am Ende dieser Folge darf er also 874 Spiele haben. Ja, gestern war es echt ärgerlich, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Suchen wir mal einen Gegner. Let's go. So, Leute, da haben wir das Gegnerteam. Ich habe die ganze Zeit gewartet am PC, weil es einfach nicht ergeben hat, dass wir was gefunden haben. Aber jetzt spielen wir hier gegen dieses Team. Ja, das sieht ja eigentlich machbar aus im Vergleich zu den anderen Brettern, die ich manchmal bekomme. Schauen wir doch mal, Leute. Also, let's go. Direkt jetzt mal einfach mal einen Quit erzeugen. Es wäre einfach schön mal. So ein schöner Rage-Quid. So ein Suarez-Schüsschen hier mal. Der geht auch mal... Am Anfang läuft es immer. Jetzt kannst du doch mal quitten, Digga. Das hat doch wehgetan. Es leckt auch ein bisschen. Komm, du willst diese Lobby nicht spielen. Alter, was für eine Bude hier von Suarez, Digga. Schön hier Suarez jetzt mal. Zack. Einen nimmt er mit. Nimmt er noch einen mit. Ja, haben wir dreimal denselben Trick versucht. Und dann dieser beschissene Pass. Das ist halt, wer dann irgendein Goldspieler gewesen wäre, der Pass angekommen. So, Rodriguez. Suarez. Suarez hat einfach auch mal Glück jetzt. Jetzt das schöne Pästchen hier rüber. Und nochmal versuche ich rüber. Und irgendein Fuß muss doch da rein. Oh, das gibt's nicht, ey. Suarez. Colosso. Ja, Digga. Beide Tore wieder Suarez. 15 Minuten rum. Ey, Leute. Jetzt aber. Habe ich gestern auch gesagt. Ich weiß. Aber komm, 100.000 Münzen haben wir schon. Ich werde diesen Typen jetzt melken. Ich mache jetzt keine Fehler mehr. Ich werde ihn jetzt melken. Alle Münzen der Welt aus ihm rausholen. Ich werde ihn jetzt so ficken. Ohne Witz. Damit ich dann den zweiten Gegner nicht immer so ausgeliefert bin. Suarez mit links. Aber da hätte ich lieber nochmal rüber gespielt. Ich darf auch nicht zu hart drauf geiern, mit Suarez die Tore zu machen. Sauber. Suarez verkackt. Oh, Leute. Ich war auch viel zu nervös wieder. Ich hasse es. Ich bin richtig nervös. Aber genau so einen muss man halt machen. Ist halt einfach so. Aber den macht er. Den macht er, Leute. 150.000 Münzen. 3 zu 0. 3 mal Suarez. Das kennen wir ja von gestern schon. Jetzt quitte doch. Jetzt quitte. Komm. Quitte. Er ist gequittet. Er ist gequittet, Leute. Jetzt gucken wir uns nochmal genau, was das bedeutet. Okay. Es war Ragequid. Erste Halbzeit. Und drei Tore von Suarez. Also habe ich 300.000 Münzen, Leute. Das heißt, wie viele Gegentore müsste ich jetzt bekommen? Ich müsste jetzt komplett gefickt werden, um jetzt mit Minus rauszugehen, Leute. Boah, Leute. Guck mal. So sieht es aus, wenn man mal ein bisschen Glück mit den Gegnerteams hat. Die kann mich zwar trotzdem besiegen, wenn er gut ist. Aber, Leute. Jetzt dürfte eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Wir haben jetzt eigentlich alles, das hier nicht mehr viel anbrennt. Gegen Polen spielen wir jetzt. Auch mal cool. Wir haben 300.000 Münzen nach dem ersten Spiel. Wir werden jetzt definitiv Upgrades haben. Soares wunderbar durchgesetzt. Lässt er sich nicht nähen. 1-0. Jetzt bin ich im Modus, Freunde. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt hole ich mir meine Münzen. Da kann ich wenigstens noch vier Spieler austauschen heute und morgen. 2-0, Freunde. So. Geh am besten quitten, Digga. Das sind nochmal 80.000 Münzen drauf. Das heißt, wir haben jetzt 380.000 Münzen. Spiel rüber. Sehr gut. So, Vera hat es schön gegen. Jawohl. Ich wollte unbedingt nochmal spielen, damit ich am Ende Soares schicken kann. Ich versuche echt immer, ich bin sehr versteift darauf, mit Soares die Dinger zu machen, irgendwie. Ja, genau so zum Beispiel. Soares, 3-0. 430.000, Freunde. Schön. Aber was für ein Törchen auch hier. Da lässt er sich nicht lumpen. Mit links der Abschluss. Wunderbar. Jetzt ist langsam auch Zeit für quitten, Digga. In meinem Full-Silver-Squad wirst du zerstört. Ich habe mich jetzt schon so an die Jungs gewöhnt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, mit einem guten Team zu spielen. Vera. Oh. Chesney. Nochmal zurück hier. Auf Soares. Der nochmal nicht trifft. Unglaublich. Die Viererkette ist einfach bombastisch. Die ist immer hinten. Da kommt mal einer raus hier. Zack, Rodriguez. Gleich haben wir, wie er der fehlpasst. Wann kommt er? Jetzt war ich zu arrogant. Aber alle schmeißen sich da nochmal rein. Rika hat immer die Übersicht. Jetzt noch einmal rüber. Jetzt einmal Soares. Ah, ich will immer zu arrogant. Was mache ich da eigentlich, Digga? Jetzt spielt er rüber. Das Tor kann er haben. Das kann er haben. Komm, die machen wir mal jetzt mit einem Vera hier. Mit einem Vera mal so eine Ecke. Vielleicht klappt das ja. Ne. Luna. Schöner Pass auch Soares. Der aus der Drehung da ja nicht gut abschließt. Aber Valverde. Und der ist nicht nervös. Soares. Suarez. Golaso. 450.000. Wieder mal drei Tore von Suarez. Leute. Wie gesagt, er macht im Verein schon einiges her. Vera. Suarez. Suarez. Vera. Das alte Duo. Die alten Hasen da vorne. Jetzt belohnen sie sich nochmal nach diesem Angriff. Zack. Suarez. Körpertäuschung. Macht er jetzt noch eins aus dem 16er? Ne. Aber im 16er hat er noch nicht. Ah. Schade. Suarez. Oh krass. Wir haben die 450.000 Münzen, Leute. Wir haben es geschafft. Eieieieiei. Leute, wir haben es. Oh Gott. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, wen wir uns holen wollen. So Leute. Bevor ich jetzt zeige, wen ich mir holen soll, gucken wir jetzt einmal ganz schnell hier rein und schauen, dass er nur zwei Spiele gemacht hat. Er hat nämlich 874. Leute. Okay. Ich blende jetzt hier fünf Spieler ein. Einen davon dürft ihr euch aussuchen, den ich kaufe fürs Team. Den anderen werde ich mir aussuchen. Und morgen in der Folge werdet ihr dann sehen, wen ich genommen habe. Weil ich kann jetzt nicht jetzt gucken, wenn ich alles nehme. Was mache ich dann nämlich gleich. Also sucht euch einen von den Spielen aus, in dem ihr abstimmt. YouTube Abstimmung hier oben irgendwo. Und ja Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao.